Hallo ihr Lieben, was geht ab? Ganz herzlich willkommen zu einer League of Legends Runde. Diesmal im gesamten Squad zu fünft unterwegs mit Joshua, Slushy, Bartham und meiner Freundin Mary. Moin. Moinsinn. Total reinfielen jetzt. Good luck, Herr Fahn. Oh mein Gott. Da hat er das Emote und ein Pinguin. Eigentlich muss Leona zu ihr. Oh nein, Schatz hat... Was ist so Q? Ich hab noch gar nichts. Oh mein Gott, ey. Meinst du die Schäden? Wir haben in den Jungle chogert. Ooooooh! Wo ist der CC? Da! Okay, das ist schon mal gut. Ehh, lol. Nice. Mein Wort! Welche Gold hast du? Hast du 350? 400. Ja! Oh mein Gott, mir ist ein zweites Jungle Item. The Dream. Moment! Soll ich das Jungle Item aufbauen? Das zweite, ja? Auf jeden Fall. Das ist The Dream. Nice! Weiß war sehr stark. Der hat Leona doch nicht die E geskillt. Flash Queue. Was hat so eigentlich geskillt, Schatz? Ach, den Screen! Ja, ne, ich hatte noch gar nix geskillt und ich war mir nicht sicher, solche Queuen, aber was ist, wenn er flashen, dann sehe ich einfach. Also Lucien hat keinen Flash. Kannst schon mal anfangen. Genau, fang schon mal für sie an. Hehehehe. Nein! Am besten noch 10 Schutze tanken. Okay, der Slushy, der gepulst ist, ist nicht mehr feierlich. Ja, ich muss sie auch auf meinem Farmer achten. Ach, ja, Farmer! Oh, Farmer! Wir haben lange keine Ori Mitte mehr gespielt, aber ich glaube, die ist cool. Die ist eigentlich immer noch geil als Champion. Was war das hier? Power of Evil mit Nashas Zahn? Soll ich das auch machen? Ja, bisschen neue PoE. War das jetzt ein Ja oder war das jetzt ein Nein? Ja, doch ein Ja. Eindeutig. Wobei, ganz ehrlich, jetzt mit den neuen Items muss ich eigentlich Ludens direkt bauen. Ludens und Morellus. Ludens ist sehr schass. Ludens, Morellus. Ach, die haben ja auch geschoge. Ich drücke den Branch schon mal gut hier auf jeden Fall. Ist ja jeder seiner Fähigkeiten ausgewichen. Ich muss sagen, ich mag neue Morellus nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich find's nicht so lustig. Aber warte mal, haben wir Morellus nicht auch geändert? Ja, deswegen ja. Ey krass, was... Ich würde eher Ludens kaufen. Was ist denn bei Morellus jetzt der Unterschied? Ähm, du hast halt kein Mana mehr. Und dann hast du halt so die alte Maske sozusagen. Du hast halt so mit einem Effekt. Du kriegst dann halt nur Penetration. Und noch Narben von Anfang an. Also du brauchst nicht unter 30% hauen, damit du diese Narben da drauf machst. Okay, verstehe. Ähm, Riot ist auch so lustig. Jo, wir verändern die AP-Items. Weil wir wollen nicht, dass alle immer dieselben AP-Items haben. Ich komme! Komme! Okay, er hat kein Flash mehr. Und jetzt wird's eh wieder genau dieselben AP-Items geben. Jetzt baut jeder halt Ludens anstatt Morellus first. Oder anstatt Yandri's. Hat der noch Flash? Ja. Okay. Bin voll der Skript da hier. Ich deutsche grad allen. Warum hab ich... nein! Warum hab ich denn Exhaust mit? Leute! Hat keinem was gesagt! Nein! Ich hab das noch vom Kartus-Game gerade drin. Stimmt, könnte aber auch extra sein. Ja, man weiß nicht, ob man gegen Setz oder so spielt. Hast du auch hier recht. Besser ist es. Ah lol! Kommst du ran? Kommst du ran? Ich komm überhaupt nicht ran, ne. Mit Ignite könnte ich den bester All-In. Was hat der? Der hat wahrscheinlich Ignite. Komm, ne? Ich hab keinen Spell ab. Ah. Wo ist denn der Jungler von denen? Der ist jetzt back. Der könnte jetzt überall sein. Lushen hat keine Thumbs und Rakan hat keine. So. Da ist der! Okay. Schade, der ist gerade Bot. Oh, das nervt. Ah, der Brand wird höher und höher hier. Der ist, äh... Der ist, äh... Die Ignite hier. An sein, dass Stogart jetzt zu dir kommt. Komm mal in deiner Nähe. Gott, der geht jetzt auch zurück. Ja, der geht jetzt zurück. I have nothing. Nein. So viel zum Thema Camille countert ihn. Dann macht er auf ihn links. Da war der Jogger gerade. Vorbeigelaufen. Okay, Ludens first also, ja. Kommen wir mal. Lost Chapter passt perfekt. Let's go. Ich will mal das nochmal angucken hier. Ludens, AP, Mana, cooldown reduction. Wait, what? Ich möchte nicht so gerne rein. Ja, doch, ich wollte nur ein bisschen. Warte mal, bringt Ludens Echo 20% cooldown reduction? Ja. What? Leute, Riot Games, was los mit euch? Der hat hier oben irgendwo gerade gewadded. Oh, ich bin 6 und der will... Warum ist der so schnell? Hat der Boots? Tatsächlich, er hat einen der Boots. Ich hab... Oh, top, 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 top. Ich komme hier rum. Der will den Pink Ward haben. Ich muss ja da rum. Sehen wir noch, oder? Ne, ich hab kein Mana mehr. Ne. Okay, top lane wird eskalieren. Kass, aber... Ist loll deine Hauptgame gerade? Mh, aber mein schon, ja Man merkt man wirklich, also ich hab das Gefühl du bist gerade bei meiner Skill-Spitze gerade. Keep it up! Da wird man auch mal von mir gelobt. Wollen wir drauf, Leona? Ja, aber da steht so passiv. Egal, geh einfach drauf. Okay. Okay, nice try. Vielleicht war auch irgendwo gewartet, dann verlierst du wenigstens keine Zeit. Ich kann gerade eh nichts auf der Borderline machen. Hey, der ist immer noch so passiv. Vielleicht hat der hier irgendwo gewartet, wo ich rumstehe. Du bist einfach zu gut, Mike. Der ist Angst von dir. Ah, da ist der Chogard bei mir. Da ist der Chogard, Level 6 mit Red Buff hat der. Ich mache ja die J-Präne zu hart. Ich tue mal seinen Scheiß-Double-Schuss ein bisschen mehr durch. Ich bin noch ein Nessies, Level 6. Ich bekomme diese Schuss-Double-Schuss. Ich bin noch ein Nessies, Level 9. Ich bin wiedergekrasch. Ich bin noch ein Nessies, Level 6 mit Red Buff. Der Komet-Dutch! Jawoll, Alter. Denkst du, wir können die One-Shotten? Ungewollt. Hast du Ignite? Pass auf. Du machst ja schon ziemlich viel Damage als Iona. Wenn du Ulti hast, versuch auch immer den Loosen zu ulten. Ja, aber ich bin ja noch Level 5. Oh, das wird... Schade. Sorry. Ich dachte... Scheiße. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Ich war low. I'm sorry. Das war mega knapp, Alter. Exhaust hab ich mir auch noch gepasst. 66%. Der Bloober von denen ist ab. Ich hoffe, den kann ich mir dann jetzt holen. Wir können, wenn du willst, jetzt auch einmal ganz kurz, Sponti Brand Snacky. Noch hat er nicht gewartet. Aber der steht wirklich die ganze Zeit sehr passiv. Ohne Witz. Ich hab schon zweimal bei dir... einfach von oben und queuen. Guck mal da. Ich hab schon zweimal bei dir gewartet. Mike, was sagst du? Ja, du hast recht. Der spielt echt klasse. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Oder Hurricanes. Ich würde top so... nachbauen. Ich weiß nicht, ob mein Flash ein bisschen oben weg ist. Ja. Jetzt hat sie den Double Buff. Ich wollte auch noch den Double Buff. Boah, die ist so schnell, Mann. Ah, das nervt. Falk, hätte ich mal lieber Mary geschildert anstatt dich. Ich hab's dir gesagt. Nee, hätte ich Mary geschildert anstatt Gangplaining. Das Ding ist, es sah dann kurzzeitig aus, als ob die noch Gangplaining fokussen. Ja, so ist das eben. Komm, direkt wieder. Jetzt ist aber aggressiv hier. Ja, jetzt schon wieder Passiv. Das ist so richtig seltsam bei diesem Jungen. Ich hab versucht, er mich zu holen. Dann macht er nix. Das ist echt langweilig. Komm, jetzt mal rum. Da, Shugat. Die kriegen wir auch noch? Oder? Oh, mein Gott. Flash top. Schade. Ah, das wär schon mal gut. Komm, top. Ich hab Ulti. Oh, shit. Wir können einen Botlammer nicht so gebrauchen. Ich hab keinen Flash, keine Ulti. Ich hab vielleicht auch getauert, dass er jetzt überlebt. Ich weiß nicht. Wir auch nicht, aber... Du, Rianna komm ich eigentlich ganz gut klar gerade. Gefällt mir ganz gut. Ich würd versuchen, auch gleich mal Bot zu gehen. Nice. Da fressen sie ihn, besser gesagt. Hast du TP? Ja. Okay, wie sieht denn jetzt das Morelos aus? Ist eigentlich cool. Ja, halt. Eigentlich nur gegen Heal Champions. Ja, sie fliegen doch AP, Leben, Magie-Durchdringung. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh, ich bin da. Vielleicht... Da kann es... Okay. Der ist wieder so passiv, das kann nicht sein, ey. Ja, lass ihn mal kommen. Ah, Kuckuck! Kannst du nicht? Oh man, das ist echt langweilig, Brann. Der ist echt so komisch. For real. Er steht schon 0-2. Wie ist das überhaupt passiert? Einmal hab ich ihn mit nem Flash geholt. Ich geh jetzt mal mit dem Bot. Brann spawns, Brann spawns. Ich komme. Ganz hoch, komm. Oh, er trifft nicht. Goff, Brann, goff, Brann, goff, Brann. Ich muss backen. Komm mal auf. Ich komm hintenrum. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nice. Das ist doch. Draken oder nicht? Oder Tower. Wir müssen Tower kriegen, weil sonst haben wir gleich unseren. Ich hab nicht mehr so viel Mana für alles gleichzeitig. Genau, trink erst mal aus der Flasche. Wer war das? Kann man das so zu erhören? Ja, Derry zugeschraubt. Ich glaube. Hab sogar gehört, wie wir das Wasser kurz über den Bauch abholen trickeln müssen. Das war kein Wasser, das ist ein Multivitaminsatz. Hab ich nicht gehört, was das für eine Sorte ist, sorry. Wir können den Lootstack wieder töten. Hast du kein absolutes Gehör, Mike? Nee, ich hatte eine absolute Nase, aber kein absolutes Gehör. Die wollten unbedingt den Tower abholen. Was? Was? Haben auch die Millions dazu getankt, aber ich glaube nicht, dass der Kiten was gebracht hätte. Kiten hätte. Rakan ist Mitte. Kiten was gebracht hätte. Kiten was gebracht hätte und so. Der Kiten war damals vor seinem Mieber. Wie ist sein Autotix? Ich glaube, das ist ein Autotix. Ich glaube, das ist ein Autotix. Ja, ich denke schon. Achtung, Achtung, Stopp! Die haben den Silence mal erhöht sogar ein bisschen die Dauer, aber vom Damage her müsste es gleich scalen wie so. Mike, du kannst ja vielleicht auch einfach auf Mask sonst gehen. Ja, M-Screw-Numorello ist eins von rein, mal gucken. Brand fehlt, guys. SS hier. Ich komme zu dir, Schatz. Lass uns Brand holen, oder? Oh, den ist wie Scheiße am pushen. Oh, shit. Da war das Exhaust mal nicht schlecht. Der ist wie die Scheiße am pushen. Oh, gute Kombo. Die Kombo war sick. Habe ich halb auf Band gehabt, sogar. Aber nur halb. Ey, 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 ich, man. Ey, Ori könnte auch mit den Items kommen. Die fühlt sich ganz smooth an, irgendwie. Cooler Reduction war schon mal cool. Er hat noch seinen, äh, er hat seinen Blue-Buff noch nicht gemacht. Oh, du kannst ihn queen jetzt? Chat. Ah, okay, ne, mein. Ja, der ist ja auch nicht da. Ja, ich glaube, Tower kriegen wir ja nicht. Oder? Ich komme gleich top. Hm, wird schwer. Wir müssten ja auch schon gleich wieder da sein. Komm zu mir, komm zu mir, ich will den Schild geben. Lucian ist topside, Lucian ist topside. Ja, der kriegt Mary den Evo. Chugard ist bei uns, Chugard ist bei uns. Nice, und so kriegt man seine Supports. Wie kommen die Pfeifen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ult hier, aber sie sind sau tanky, ne? Gameplay hat er Ult, ne? Kommt ruhig über den Turm, alles gut. Dann lebst du das, oder muss ich irgendwie hier? Ich habe drei Sekunden Ult. Schade, ich hätte ihn ja noch geholt. Ja, ich auch irgendwie. Oh, mach. Oder Sommer? Der Ulti-Damage war jetzt echt grad so toll. Okay, ich komme von hinten nochmal. Schade. Schade. Wann ist denn der Bluber von denen ab? Gute question. Ich habe einen Try-Han. Ja, Brent hat hier schon richtig viele Items. Ja, jetzt geht es ihm grad nicht so gut eigentlich. Aber so macht er Spaß, ey. Boah, Alter. Boah. 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 Boah, Alter. Mein Ulti war schon sick oder? War auch nur geplant. Ja. Eieiei, war das gefährlich du. Lucian ist aber gut low, Raken ist auch gut low. Kannst eigentlich los sprinten Bart dann. Drei Mitte, drei Mitte. Joker hat vier Mitte. Geregelt. Aber ich bin nicht mit der Kamille da rein. Komm ich komme. Na. Überleg jetzt noch ein bisschen. Oh mein Gott. Ich kann die Kamille bauen wie sie wollen. Ja, er flasht auf mich, Alter. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, was geht. Nice. Er hat keine Hold. Er hat keine Hold. Los, Gangplank. Los. Los. Los, fass. Da sieht man, wie useless ich bin, weil ich auch AP baue. Im Gegensatz zu dem anderen Sugar. Doch, man merkt es, oder? Wobei im Moment, was dort erst war. Ich habe das Gefühl, du hast richtig gut ausgereiht gerade. Ich zieh das durch. Ich habe die gerade mitbekommen, dass ich die Kamille 1v1 habe. Ja, die war schon low, ich gebe keine Credits. Die waren online. Ich habe das nicht mal gesehen, ey. Was macht das hier? Each Specker store, continuous movement speed and own ability to the effect. Hört sich cool an, oder? Ich habe das so verstanden, wenn ihr Sachen einsetzt, bekomme ich Stacks. Und häufig bekomme ich... Wenn alle. Gegner, du, wir. Dann bekomme ich Stacks und dann mehr Lauftempo, oder wie? Ja, wenn du es aktivierst, bist du 100. Ach so, ich muss aktivieren. Okay, gut zu wissen. Das heißt, so ein bisschen wie so ein Righteous Glory für AP, oder was? Im ganz groben Sinne. Ja. Dieses ähm, dieses ähm, wie hieß nochmal, dieses hessen Item, was in der Season 5 entfernt wurde, was sie da gemocht hat. Ja, okay. Ich muss go. Ne, dieses ähm, dieses blaue, den blauen Stab da. Ach, du meinst für APLA, ähm, Deathfire Grasp? Äh, ja. Das ähm, soll so ähnlich sein, meinten sie. Nein. Nee. Kann mir nicht vorstellen. Aber bringt das auch AP? Bringt das nur Lauftempo oder auch AP? Das bringt AP. Nein, das ist nur AP. Boah, das bringt bis zu 100 AP? Ja. Eieiei. Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich das. Also, bevor man jemanden bursten will, setzt man es ein, okay? Ja. Ich komme schon. Ich bin da, let's go. Let's Attacker. Hab ich's niemals eingesetzt, Mann! What? AP, Chogard, OP! Äh, lass Barrel machen, Chogard ist Bot, hast du noch Fressen? Ne, aber lass trotzdem machen. Gangplinger, DPS, ich auch. Nee. Trust me am Ingenieren. Aber wir haben... Wir haben keine Sicht, guck mal. Kamil ist die, drei Bot, drei Bot. Drei Bot, drei Bot. Drei Bot, drei Bot. Ohh. Boah. Ich hab noch hier dieses komische lila Teil, was Tower so schön pusht. Ach ja, Deathfire Grass hab ich echt geliebt. Moment, ich hab's ja gar nicht mehr, es ist weg. Wer hier rettet oder was? Ja. Stark, ey. Da hat er einmal geschlafen, der Ralka. Und das hat er davon. Oha, ey, der Damage. Das macht so fun. AP, Chogard, bitte. Kennt ihr euch mal die gute Altenheit? Ja. Die waren schon immer cool. So, ich hab keine Mana. Wir gehen mal shoppen. Was wird da von mir? Lol, die Kamill. Das war für dich noch mein Recoil abgebrochen. Aber dein Bild ist ja eigentlich ganz cool, weil der hat ja auch Tankiness und AP, beides. Jetzt brauchst du eigentlich noch das neue Morelos, Schatz. Das, was ich habe. 80 AP, 300 Leben. Wie sieht denn das aus. Ach, dieses komische Buch. Blaue Buch, ja. Wird gekauft. Ich wollte als nächstes die Maske bauen, auch wenn ich sie gar nicht gebrauchen kann. Ja, die ist jetzt auch feiner. Die macht jetzt, also du machst dann mehr Schaden, wenn du länger im Kampf wirst. Oh, hier geht was ab. Ich komme. Go, go, ulti die mal. Ulti die mal. Genau so. Mein Gott, und Leona ist immer noch bereit. Ja. 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 Dein Blue Warf ist ab, wenn du ihn haben willst. Oh, GG were played. Oh, schade. GG were played. Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Eine kleine Squadrunde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, haut einen Daumen nach oben. Ansonsten immer schön in die Kommentare reinholt, oben bei der Umfrage mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.